hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge lego fortnight heute wieder mit den tor und den wir gehen heute auf eine höhlen tour und los geht's ab geht es euch natürlich gefällt bleiben aber nicht vergessen wir machen weiter oh mein gott das mein ich bin in der drin ich bin in der drin das ist auf so vielen ebenen falsch ja ich weiß kann dich könig kann ich möchte ich aber nicht wen kannst du warum so viele macht euch ab hier alter sind die alle abgeerntet schon hier oder was ist hier gespeichert aber auch schon mal das war normales holz verdammt ich darf nur in eine andere hülle gehen müssen aber auch ganz viel sagte er und schaute was er bauen kann ich wollte gerade der treppe geworden ich hatte klaus noch alle ressourcen im moment die habe ich vorliegen ja ist klar ja doch reicht das schon ich brauche eine oxt das ist auch einfach nur ein absolut wildes konstrukt hier was ich gebaut habe aber ist egal es funktioniert es funktioniert ja wir waren hier schon überall drin aber hier ist ein schubsaft drin den ganzen kam also ganz so abgefragt bin ich jetzt noch auch wieder nicht ich brauche holz zum bauen ich habe hier voll viel holz bei noch ich komme natürlich nicht das ist schön ich glaube wir müssen eine andere hülle weit aufsuchen ich habe ja gedacht dass es eigentlich ist wieder spawnt hier die ganze scheiße ja aber ich habe jetzt nicht die ressourcen wenn die erfahrungspunkte geben würden würde ich mich da auch richtig drüber freuen glaube ich ich habe hunger und das stimmt recht hatte ich habe auch ständig hunger hier der große vorteil ist wenn du was ist hast du mehr platz ach hier schon wieder das ende der höhle das ist ja auch schön die kiste schwebt ja das war es auch schon wieder mit der höhle hier also ich befürchte auch sie müssen uns so nach und mal was neues suchen ich habe gedacht wirklich das respawn und eigentlich gehen die höhlen ja auch tiefer ich hatte letzt also bei mir hatte ich eine höhle da konnte ich sehr sehr tief reingehen da waren deutlich mehr ebenen das ist hier eher also irgendwie meine tiere sind heute so ein bisschen auf kriegsfuß nein jetzt habe ich diese blöden pilze eingesammelt die kannst du auch benutzen als als was denn kannst du über eine saftpresse kannst du alles noch zusammen mixen und dann kriegst du so eine säfte raus die schubsaft dran und hast nicht gesehen und die die kicken mal so richtig das klingt durchaus gut also völlig stranden irgendwelche treppen drin die hat gern sind die treppen ja klar aber dieses menü bin auch einfach zu blöde für das menü es sind überall treppen jetzt sieht sogar aus nein ich bin so gefallen doch aus dem weg machen sie arzt ich bin platz aber ich kann mir nicht vorstellen dass die ressourcen begrenzt sein sollen guck mal ganz kurz komm her bitte ich will was zeigen das ist ein trick habe ich hier gerade gefunden das ist mir klar alles gut wenn die großen bäume zum beispiel ab wenn du zum beispiel große bäume oder deine gebäude abreißt und das was von oben runter fällt auf irgendwo drauf kommt geht alles kaputt ja vielleicht wie das haus klar das habe ich gerade herausgefunden doch da geht es auch das wollte ich nicht wollte nicht meine eigene treppel gerade zerballern so so ritterlöwenherz hier du nervst gar nicht die spitzacke spitzacke vor allen dingen ich habe nur eine spitzacke gehabt fällt mir gerade mal so oft doch schade jetzt haben wir hier mal ein bisschen zeug auf versäglich natürlich ja ja versäglich ich kenne ich doch ja ich habe aus versehen marmor eingesammelt ich habe noch mal irgendwo war hier doch der ausgang hier sind wir gekommen hier sind draußen irgendwo war der auch noch marmor das war ich sei denn fahrten sechs stück da haben wir noch einfach ein bisschen spinnen und es wird dann kann ich die wegschmeißen jetzt noch lang kommen die aber irgendwie alle hergedroppt da posten da zum abbauen jungen lebensgefährlich runter fällt abgeschmissen hier oben schon mal da ist auf jeden fall weg löwenmähne danke haben wir schon mal also irgendwer war von uns hier aber hier ist noch übel viel zeug konnte doch jetzt okay dann muss der rom abgeburt dann reißen wir den ganzen schlose wieder ab mach am besten mit fäuste abreißen da hast du einen schlag von 15 immer okay da brauchst du kannst du deine ganzen spitzhacken schon alt aber alles später gemacht auch 45 spitzhacken ja und du hast dann keinen verbrauch ne spitzhacken verbrauchst du immer stetig wenn du auch abreißt ja dann probiere ich mal warte ich habe kein holz mehr nehme ich das hier ist noch spring pulver ich bin in der höhle aber ein stücken weiter oben also hier hinten kurz vor dem ich sehe dich ich sehe da ich sehe wo du bist mein junger ich hab schon wieder Hunger ja aber ich glaube es ist das hier so langsam was schon gewesen sein mit knorwurzeln ich hab noch was sie von da oben ja auch noch ist das hier ist und hier bin ich irgendwo runtergefallen hier in ecke wo ich da hatte ich bin nicht gefallen so aber jetzt sieht es hier so langsam doch aus als ob ich hier nichts mehr wäre das ist ja so wollen lassen nicht fallen lassen ja sieht sehr leer aus der letzte spitze oh halt nee es geht ja noch weiter oh ja das war schlau von mir ich erwarte ich kann auch die resten panzer geben botte wenn ich gab hier ich weiß nicht mehr wofür ich weiß nicht mehr wofür ich weiß nicht mehr wofür nein wie kann man denn so hart anheben schießen wow toll ich das hier doch noch so viele knurwurzeln sind also ist doch gar nicht so verlassen diese ganze hülle hier ich bin auch gerade weitergekommen ich habe nicht ganz 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 viel war man euch von mir ja ich habe auch einen teil gefunden da waren wir scheinbar noch gar nicht zumindest habe ich hier noch keinen leiter manchmal ist komisch jetzt aus und mit ab dass er richtig gnädig von dir ich bin noch weiter unten hier sind alles noch folgen ist ja auch überhaupt nicht verkehrt aber ich habe mehr marmor als knurwurzel so wie wir heute habe ich dann noch ich kann ja heute ich nehme kräfte ich habe ich habe hier ich kann hier treppen noch alles abbauen ich komme klar gebrauchen auch noch doch auch hat sich die ganze zeit ganz schön eine kamera ist komplett am ausrasten gewesen okay wie es sich dabei so gefühlt ja so ein bisschen wie bei strohricht also war schon war irgendwo ganz schön anstrengend okay das kann von 1 bis 10 eine stabile ich bin auch einfach zu schlau um mich abzurollen dazu sagen ich habe schon wieder hunger wollte ich mal erwähnt haben hier noch schnee wäre nicht einfach so viel schon mal besser noch mehr geleuchtet hat schade schade ich würde sagen ich gehe jetzt erstmal wieder zurück ich habe 25 knurrenwurzeln 25 ich habe 105 schön für dich oder was war das was 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 das nicht gehört das klingt das ist wie so ein fiepen auf dem ohr war gerade fiepen auf dem ohr nennt sich tinnitus so ein typen war das nicht hätte ja sein können denke dass heute soweit alles gewissen ich bin raus schön ich warte auf dich ich warte hier außen hier ist schön oder so mit teuschen aus mit teuschen ist auch schon wieder ein wolf unterwegs dann kann ich hier aber erst mal ja doch nichts übrig lassen alles abgeerntet hier ja klar ihr schweine wort darauf sich kann hier auch ganze bogen bauen nicht immer kleine reste bestimmt irgendwelche wahnsinnigen die hier in diesem spiel schon weiß ich nicht camelot oder dergleichen gebaut haben oh ja in sandbox modus kann es ja richtig ausrasten aber denn jetzt bescheiden ist anwesend da sehe ich mich ja auch ich freue mich schon wenn die ritterburg so richtig kommen da raste ich hier aus und wenn das nur granit ist dann mache ich richtig ein riesen teil ja ja also es ist besser als gar nix vielleicht weil ein eid und eine küste küscht nicht einfach wann aber ist das nicht das gebäude wo ich vorhin war das große ich weiß nicht war ganz weg weg ok cool das ist einfach ok ich weiß nicht was denn es ist meine bombe zu randalieren ach so ok wow der Inventar ist voller aber irgendwas deckt sich immer oh, so looted wo müssen wir überhaupt wieder lang rechts unten räusperte er sich und vergaß was er sagen würde explodiert bei dir alles bei kisten sind ich habe noch ein panzer danke oh toll kann ich ihn aufheben ja sehr gut irgendwas drin jaja ja 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 nix nix schönes sag ich mal so es ist besser als nix ich bin ganz hohen wann ich schau dir einfach zu wie du kämpfst ne ich muss gerade kürbisse essen kürben kürben kürbis ich glaube du hast vergessen die ähm die hülle zu markieren oder ist die schon warte kurz ne noch nicht hm ich glaube nicht ne ne ist er nicht es ist markiert es ist markiert ok 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 da wollen wir schön da wollen wir schön ach schade ok mhm 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 wo genau laufen wir jetzt eigentlich gerade hin na ja wieder zu unserer Basis äh zu meiner Basis glaube ich zumindest ja ein bisschen erkunden müssen gucken also ein bisschen mais ist ja auch gibt es eigentlich eine möglichkeit strafe zu halten richtig versuch doch mal geh hin und fass es an dann kannst du es vielleicht halten der war richtig ich hätte auch schön wie hier völlig strennen mitten auf freifläche einfach und ist es nichts drin ist einfach er schleppt hier erst mal ein stein befriedigend so noch weiter glaube ja der meister 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 und stein mein stand weggepackt ja hallo schafe und das war da jetzt gerade noch auf säule ab und zu machen gegner auf feuer also dann brauche ich nicht das kann weg das kann weg so welche nebenbei ein bisschen holz noch sammeln ich muss auf jeden fall da lang er rastet aus hier mit dem stein was ist denn da na da wohnen wir das ist eine lüge verleunung glaubt ihr nicht ach hier war ich wohin da ist mein zu hause die leute sind ja auch einfach nur am festbacken in diesem stein ist der wahnsinn ist draußen mit farbenbomber reden mit wem redest du sieht aus wie die menschen die versucht haben mit dem spielen der mona lisa was zu erreichen weiß ich nicht ich war bestimmt zwei tage in der höhle wie du hast jetzt erst angefangen erst mal sortieren das mal so das wichtigste ich brauche holz 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 ganz wie holz habe ich schön viel genau wohl sehen jetzt also was heißt schön viel aber ich habe ein bisschen was ich da mal rein dann habe ich hier ans was zum teufel machst du da jetzt wo ich mitmachen will jetzt habe ich mich wieder umgedreht jetzt machst du weiter so dann reißen wir mal die ganze bud ab was du reißt die ganze bud ab nur das haus was hier steht da sammle ich das holz ein jetzt da kann ich mir nämlich meine achse ein bisschen sporn dann kann ich schön mit der faust draufschlagen weil das funktioniert besser wie sagte ein gewisser bärtiger mann immer so schön faustverkloppung ist doch das beste ist so wenn ich jetzt das einmal damit austausche könnte ich hier das machen da habe ich immer noch weißen kann ich bin in realitas ja schon recht oft ein rechner aber also bisher dauerung dauerung sich dagegen hier hier diese dauerung ich hatte ich brauch fünf für ein schwert das ist abgespaced ach jetzt ist alles zusammen geworden ich habe unten alle tragerbalken weggeholzt aber trotzdem war hat der luft gestanden hier hast du noch obsidian für mich ein bisschen eine kiste müsste noch was sein bei mir warte ich guck mal so davon brauche ich ja dankeschön sechs davon bin ich jetzt richtig im kopf habe drei diese bisschen zehn marmort tafeln upgrade ein werkpack mache ich gerade auch 20 oder so sagen wir mal das heißt und zu guter letzt noch zwölf knurrwurzelstäbe wo stehst mir im weg bin ich dann hat sich doch mal weg was irgendwas explodiert ne das ist immer der tag nacht wechsel ach so und manchmal ist da auch eine regenbogenbrücke und oder so eine regenbogenwolke ja und explodiert genauso und denkst du auch so was ist denn jetzt passiert aber bei der letzten explosion ist ähm anders so'n so'n hoot drunter gekommen aber erstmal muss ich den schwert webstuhl machen wohl jetzt macht 3 sanfangs zack dann ne aber ich kann es hier erstmal noch kurz morgen nutze ich mal die gelegenheit und klamm heimlich nebenbei zu trinken ohne dass das jemand mitkriegt jetzt bin ich gespannt so nämlich schön aber gerade außerordentliches talent beim leise trinken gezeigt was meinst du weiß ich nicht irgendwie ach da unten ist ein skelett gewesen was gerade sich mit einem dorfbewohner geklappt hat er legt sich jetzt hat er sich auch verdient also ich habe auf jeden fall nicht ich benutze mein eigenes ja ja ich muss immer heimlich rüber ich hatte irgendwo nicht los mit dir wenn es ganz gut ist mir schaukel hatte ich irgendwo da werde ich mir ein bisschen erde holen da werde ich auch gleich mal ein feld anbauen wo es lebst du ja mache ich jetzt ja meine schaufel brennt du musst mal wenn du eine facke hält und buddelt mal ganz schnell drücken immer hintereinander dann brennt eine schaufel brennt eine schaufel kein scheiß sehr cool auch wem kein wieder früh halt das muss ich aber hier mal was nu vielleicht geleckt hier ohja tatsache hä ne ich hatte noch kacke doch das kacke dann können wir ist nicht schlimm der kriegt das sind der ist ein super debugger zwischen ein kleines feld nein ich habe das feld falsch gelegt so dann habe ich noch ein haus ich glaube ein ridder hat gerade ganz miese probleme ja das habe ich glaube ich sagte er brücke ich brauche die hätte ich schon nichts machen können das macht er da so dann einmal ja warum mal rein hier gleich links daneben hier wenn es ist essenz tisch benutzen gerade gerade jetzt kann man hängekleider bauen sei dich glatt sehr gut holzstab nun so zu starb sehr gut wir sind bei 37 minuten ok leute dann unsere folge bleibt dran bis zum nächsten mal tschüss tschüss